Mal dir mal schnell eine Rune auf, haben sie gesagt, dann bist du beschützt, die Schutzrune Algis. Mal dir mal schnell eine Rune auf. Glaube bitte niemals daran, wenn in irgendeiner Instagram-Story oder in einem Reel davon gesprochen wird, dass wenn du dir irgendeine Rune auf die Hand oder auf den Bauch oder sonst wo hinmalst, dass dann sofort sich alles für dich ändert. Das ist nicht wahr. Dennoch ist die Macht der alten Magie und die Macht der Runen unfassbar groß, wird aber sehr gescheut von denen, die ja heute Wissenschaft betreiben. Es ist die Macht des alten Landes, des alten Volkes, die Natur der Magie selbst. Wenn du jetzt hier Algis betrachtest, die habe ich mir nicht aufgemalt, sondern die habe ich mir tätowiert, weil die mein Überleben gesichert hat in einer krisenhaften Zeit. Selbst der Tod konnte mich nicht holen. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Es soll ein anderes Mal erzählt sein. Algis schützt, weil Algis dafür sorgt, dass du deine Intuition stärkst. Aber dazu musst du dich mit Algis befassen, musst tief in das Thema einsteigen. Verstehst du? Hör nicht auf diese wilden, aber sicherlich schönen und tollen Reels, die dir sagen, mal dir irgendwas auf und dann wird alles gut oder dann verändert sich was, das stimmt nicht. Lerne die Magie wirklich, dann verändert sie dein Leben. Die Runenhex.